herzlich willkommen bei einer weiteren folge nummer zwei von crash benjicoot it's about time der vierte teil der reihe mein name ist christian 3000 und in der letzten folge haben wir böses erwachen gespielt die erste karte und jetzt sind wir hier auf der zweiten karte mit coco am start und wir starten einfach direkt durch wie gesagt ein tag vor release und ich möchte euch einfach hier mit zeiten was euch erwartet wie ihr das was euch ja im spiel wie das spiel abläuft et cetera und so weiter und so fort also keine negativen kommentare weil es ist endeffekt für euch um euch zu zeigen bevor ihr es kaufen solltet dass ihr euch das hier auf hilfe war von meiner sicht aus anschauen könnt und so die sagen let's go zur rutschpartie 1900 2084 ok wir leben weit in einer zukunft so let's go rutschpartie man da bin ich mal gespannt aber wenn die rutschpartien sehr stark an ratchet and clank erinnern oder an sonic sozusagen kann man auch in die kategorie nehmen ja auf das neue ratchet and clank bin ich auf jeden fall gespannt wenn das mal rauskommt ob das jetzt noch dieses jahres weiß ich gerade nicht wann ist eigentlich der offizielle release ich weiß es nicht so wir haben immer noch einen schwarzen bildschirm wir brauchen die anderen masken um die spalte zu schließen korrekt mein bruder akano muss hier irgendwo sein willkommen zur show bürmer sucht ihr eure teure maske schaut an der vorgenannte ron keine sorge wir kämpfen öfter gegeneinander und er verliert immer das ist bei uns tradition nicht dieses mal ihr kriegt einen backstage pass mit dem dürft ihr meine massen percussion waffe kennenlernen ja so ungefähr so jetzt schauen wir mal was ist los aha aha da sind wir hin und her wechseln kein kommentar bitte zuerst mal wie wir das neuland was das angeht wie soll ich denn die denn kaputt machen muss ja rüberspringen ach du scheiße das dauert nicht mal her wir haben wechsel jetzt hier es ist schon kompliziert schon also nicht zu viel aber so lassen wir das erstmal so kaputt gehen ok 12 nitro ist nicht so gut ja explodieren aber wie ich die kaputt machen soll ist eine gute frage die frage ist ob sie auch mitzehren aha ok ach so komme ich da überhaupt hoch nein wir kann mich da gerade so hat da ich kann da gerade hoch das ist getan egal kann ich es gleich so machen ja so geht es auch ok das ist jetzt wirklich timing gefragt ist einfach ok alles klar ok auf zur rückfahrt hier leute er hat doppelt sprung gemacht warte mich fahrchen und auf geht's ruckelndes spiel irgendwie grad wir haben es geschafft naja kirsten gehen ja wieso kaputt da das ist eine zeitaufgabe ernst jetzt ja okay klar haben und ab dort drüben zurück schwingen okay dann muss ich sagen okay passt ein grausamer tod für koko nicht so schön das war mal die scheiße die bombe hier weg das war okay wir haben wir wie gesagt eine neue materie jetzt sozusagen möchte nix hören ok die frage ist ich muss mal ausprobieren so auf ein neues das ist alles noch tutorial sozusagen gar nicht so einfach unten bleiben ich habe noch gedrückt aber jetzt kommen wir hier raus ist also der punkt ist hier gerade ein bisschen blöd gelegt aber man muss ja erstmal die strecke kennenlernen sonst kann wir ja sagen sonst wäre es ja nicht einfach so zu sagen ok alles klar ich habe kapiert ich habe kapiert muss noch mal sterben ich muss noch mal sterben darum ist ja auch noch eine kiste ich komme ich ja nicht hoch jetzt ja es gibt ja anscheinend hier noch versteckte kisten die man jetzt nicht so einfach findet so machen wir das leben wir hier überhaupt schaffen ja wieder zurück und hier drauf jetzt ist viele reaktionen hier gefragt da kommen leute da will man einfach nur mal alle kisten mitnehmen oder wir lassen es einfach und das mache ich einfach auf screen weil sonst kommen wir ja nie voran wir lassen es einfach mal jetzt leute ich mache das einfach auf screen und dann wie wir einfach mal wissen ich habe auch nichts zu sagen kein kommentar gut aber nicht zu schnell so auf geht's bleib das haben wir auch und hier ist der checkball also es ist gar nicht so weit also dann passt es da wo hier ist naja bleib hier drauf das war für verrückter aber nicht schon wieder aha 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 ja ja wir machen wir mal weiter hau weg mit dir Ah, die Klappe. Okay. Nein! Das war blöd. Genau weg mit dir. Den versteckten Weg. Was geht mit dir denn ab? Oh, nicht zu weit laufen. So, auf den Fisch warten. Ah, ja, wollte gerade sagen. Oh, Gott. Das wird nicht einfach, Leute, das Spiel. Ach so. Ach so. Ja. Ah, da zack. Ich vergesse, jetzt mal umzuschalten. Okay, da komme ich nicht so einfach hoch. Da brauche ich länger. Ah, das wird... Ja, das mit umschalten, da muss man echt noch ein bisschen umdenken, dass es funktioniert auf Anhieb. Also wer hier ein Speedrun macht, der muss sehr gute Gedächtniskontrolle haben. So. Ja. Ja, hier finden ja einige. Aber egal. Mission abgeschlossen. Also Level abgeschlossen. Ladies First Trophäe erhalten. Hier haben wir leider nicht so viel. Maximal Leben. 3. Wir haben 10 verbraucht. So. Wir machen weiter. Und da würde ich sagen, ja, schauen wir uns noch ein Level an und dann schauen wir mal, wie es auf jeden Fall für die Zukunft noch weitergeht. So. So. Dimensionskarte. So. Da ist unser erster Bossfight wahrscheinlich. So. Und weiter geht's. Crashpresse. Und weiter geht's. Aber warum die hier das... äh... Ratchet & Clank und hier auf die gleiche Spielrichtung gehen mit Zeitreisen, auf die irgendwie zusammengearbeitet haben oder irgendwie doch miteinander geredet haben, ist eine gute Frage, Leute. ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da ist eine Karte oder ein Tape. Hehehehe. Da geht's nicht lang. Okay. Okay. Was ist das? Rückblendenband gefunden. Okay. Ah, das war doof. Egal. Auf jeden Fall macht das Spiel jetzt einen sehr schönen Eindruck besetzt, das macht auf jeden Fall Laune. Ah, okay. Das hat nicht funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Ich wollte eigentlich... mit dir. Aha, eine versteckte Kiste! Ha-ha. Ob das denn eine versteckte Tür ist hier hinten? Naja, okay. Hätte das eigentlich nicht so weit. Okay. Da ist auch wieder Feuer. Nicht ohne, meine Damen und Herren. Uh. Okay, wir müssen jetzt in diese Richtung. Okay. Checkpoint. Let's go. Oh, der drüben geht es auch weiter. Hm. Wer kriegt dir was geworfen? Du dreckiger Latte! Du haust meinen Liebwächsler kein Lund. Ja, weil ich es kann. Oder auch nicht. Mein erster Tod. Das geht hier ab. So, ab nach rechts. So, Ende. Gelände. Oh, der drüben ist einfach schnell. Wow. Okay. Und eine Bonusmission. Oh, nicht schon wieder sowas. Okay, wir müssen anscheinend wieder zurück. Ah, wieso wir das denn machen? So. Oh, oh. Ah, okay. Gut. Alles klar, wir wissen Bescheid. Dann müssen wir wieder zurück dann auf der Stelle. Weg mit dir. Schon wieder. Wieso ist da eigentlich hier auf der linken Seite Feuer? Aha. Oh, da war eine Kante. Nein, was mache ich? Dammit. Wir machen einfach mal weiter, würde ich sagen. Wir könnten auch nach links. Aber wir wollen ja mal vorankommen. Wie war das? Wir wollten vorankommen. Ich sag das zu nix. Ähm. Ja, also, wirklich schwer ist es jetzt nicht so, wo man sagen muss, hey, oh Gott, das ist ja Katastrophe. Aber es ist halt noch eine Sache, wo man halt erst noch ein bisschen verstehen muss. Wow, okay, starte. Oh, ah, da ist der Ausgang. Achso, scheiße, das stimmt ja. Guck, das ist schon wieder zu schnell. Und dann denkt man halt wieder nicht dran, dass es dann doch noch eine andere Taste geht. So, jetzt habe ich nicht zu weit. So. So. Ah, heiß, 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 heiß. So. Egal. Es geht ja darum, dass wir hier vorankommen. Videoclub-Gründer, okay. So, 3,4,4,4, verborgen. nix damit rückblenden band gefunden ich weiß nicht für was das ist das werden wir auf jeden fall jetzt gleich mal rausfinden und dann schauen wir mal was uns hier erwartet dimensions karte ich bin gespannt ob ich irgendwas hier machen kann hier drehen die zeit zurück bis in die 90er spiele rückblenden banner ab um das training von crash und coco in den testkammer von neokortex mitzuerleben warum nicht können wir machen okay immer unser glück ich habe aber irgendwie subjekt 218 sind das nicht die extrem schweren maps schauen wir mal einfach mal aber schön dass sie die links sind die rückwärts nicht nein 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 das ist ja hart ich bin jetzt immer ein bisschen mario ja wie soll ich das machen ich muss früher aktivieren dass es das obere kaputt geht sonst kann ich es mir nicht vorstellen scheiß drauf nein das jetzt nicht aber das kriegen wir doch irgendwie hin nein so machen jetzt 1234 ok leute ja bevor es zu lange geht wir haben jetzt mal ein bisschen reingeschaut wir gehen einfach mal zum titel bildschirm was ist das von bitte unten hier und dann sehen wir aus dem für bald wieder in der nächsten folge ich denke mal zwei folgen sollten erst mal lang und dann schauen wir mal wie es auf jeden fall weitergeht wir gehen ja auch können wir mal ganz kurz mal bin ich gut kampf gehen aha tritt gegen deine freunde 1 bis 4 spieler können in einem checkpoint rennen um die wette des ziel linie rasen oder in die kisten kombo in heiß zu kämpfen also das wäre so eine multiplayer sache oder dings coach sache sagen so wer weiß alles klar und so würde ich sagen einfach mal jetzt hier wie betten ist hier und der nächsten folge geht auf jeden fall weiter mit der karte und mal gucken ob wir das noch schaffen ich weiß nicht wie folgen ich jetzt insgesamt macht wie gesagt habe am anfang angesprochen fünf oder zehn stück aber das hängt im endeffekt von euch drauf habe also dann somit verabschiede ich mich hier mit mir folge zwei wieder schon reingauern die nächsten folgen kommen dann morgen also wieder schauen und tschüss und nicht zu vergessen habe ich was vergessen liken kommentieren abonnieren aber ihr feedback ist wichtig dann zu baut es kommt ja